Dann wollen wir noch mal einen Moon machen. Bekommst du Geld zurück, wenn du die Booster absprengst? Wenn die Booster zum Planeten zurückfallen und die holen kann, dann ja. Hier ist die Flur. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tut mir leid, ich bin dabei zu verunsichert Deshalb mache ich es lieber anders Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin aber kein Raketenbauer ey, ich könnte heulen. Da ist ja nur ein leerer Strukturrumpf. Das Erhöhre ist beim Traum. Der Gäste Fischseit ist in der Welt. Der Gäste Fischseit ist in dem Gäste Fischseit. Der Gäste Fischseit ist in der Kraft im Gleiche. Die Erhard-Besser Fischseit ist in der Auge. Den Elfer Nude 2, der wird schrecklich aussehen. Der Chat ist heute wieder Premium, der Chat ist jeden Tag Premium. Vor allem, warum will ich denn da so viel Sprit draufknallen? Der Chat ist jeden Tag Premium. Wir sind schon alle tot. Das Ding ist einfach auch schon zu teuer. 26 Sekunden Zündungsdauer. Ach, ihr seid so klein, dass das nicht ausreichen würde. Wobei, ich werde ja nicht mit vollem Sprit landen. Gibt es überhaupt eine Mikronase? Hm, da ist der Plan damit vom Mond aufzusteigen schon wieder verschwunden. Okay. Captain Futures Rauschschiff sieht aus wie Proofs Rakete. Äh, war auch alles mein Plan. Captain Futures Rakete number one incoming. So... Musik Kann die Rakete noch starten? Natürlich kann die starten Warum sollte sie nicht starten können? Musik 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 Sie werden auch ihr Ziel erreichen ohne Feuer zu explodieren Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wobei, ne, passt schon. Einmal Moon und zurück und dann wieder in die Atmosphäre rein. Früher 71.000. Plus mehr Forschungsdaten. Ach, da war ja was. Ne, Leiter vergessen ist egal. Ich kann die auch mit dem Triebwerk hochholen. Also mit dem Jetpack. Wo bleibt der Countdown? Warum wollt ihr Countdowns haben? Lass das arme Ding doch einfach steigen. Ich hab was anderes vergessen. Nicht Techniker mitnehmen, sondern Wissenschaftler. Oder gar kein mitnehmen. Und dafür, äh... Unseren anderen Kollegen aus dem Orbit holen. Ach, das kann doch dauern. Der darf erstmal im Orbit rumhocken. Drei, zwei, eins. T-minus fünf, vier, drei, zwei, eins. Der Blick nach oben. Der Blick nach oben. Bump, bop. Bump, bop. Bump, bop. Bump, bop. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hmm Wie ich so die Berechnungen sehe, boah, theoretisch kann ich schon überall Sonden hinschicken Ob die vor Ort dann noch stehen bleiben, sei mal dahingestellt Ne, bei mir sieht überhaupt nichts routiniert aus Ups, stopp, Hilfe Für den Laien schon Ja, sagen wir mal, ich bin nicht mehr der Superkack-Noob, sondern nur der Noob Aber mein Raketenbau ist halt wirklich Geht so Ja Ja, Raketenbau ist auch einfacher als Flugzeugbau, finde ich. Ich komme sofort wieder, wir haben drei Minuten Zeit. Ich muss ganz kurz was schauen. Bis ich es zünden muss. Na komm, schneller. Verdammt. Da müssen wir in ein Mondfahrzeug rumfahren am besten. Egal. Man muss ja nicht alles auf einmal machen. So, immer noch zwei Minuten Zeit bis zur Zündung. Wobei, wie ich ein Mondfahrzeug drüberbringen soll, weiß ich auch nicht. Ich würde ja denken, das Mondfahrzeug sollte man mit einer feurigen Rakete hinschicken. Ups. Wie so ein Lastenmodul. Und dann landet man später einfach daneben. Mit seinen Körbets und kann damit rumfahren. Ah. ARD Text im Auftrag von funk Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß gar nicht, ob das Ding so überhaupt landen kann, weil Hitzeschild ja nur so klein ist. Das reicht schon, alles mögliche nimmt Schaden. Ich weiß gar nicht, ob das Ding ist. Ich weiß gar nicht, ob das Ding ist. Tja, richtig schön Geldverbrennungsmission. Ich weiß gar nicht, ob das Ding ist. Ich weiß gar nicht, ob das Ding ist. Ich weiß gar nicht, ob das Ding ist. Ich habe ein ganzes Popcorn gegessen, weil ich es selbst gemacht habe heute. Es ist überhaupt kein Kermin auf dem Mond gestrandet. Null. Wenigens hat der eine 4LP erhalten. Ich weiß gar nicht, ob das Ding ist. Ich weiß gar nicht, ob das Ding ist. Ich weiß gar nicht, ob das Ding ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Reifen können sich auch bestimmt drehen Oder auch nicht Achso, das war es schon mit dem elektrischen Strom Ich denke schon, was ist jetzt mit dem los? Ich teste doch erstmal Mach doch nicht direkt so einen Stress im Chat Ich habe noch nie einen Rover gebaut Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Zzzzzzzzzzzzzz Nee Zzzzzzzzzz Zzzzzzzzzzz Hm Ach komm Nicht speichern Hilfe Auch nicht speichern Lass den mal so, wie er ist Der Schub ist mehr als ausreichend Und auf der falschen Höhe eingestellt Nicht speichern Ich schau mal